herzlich willkommen zu diesem video ich möchte euch drei bücher vorstellen und zwar drei bücher die ich im juni gelesen habe und die alle sehr sehr gut sind auf ihre eigene art ich habe ein paar zitate rausgesucht zu jedem dieser drei bücher und will einfach ein bisschen dazu sprechen und vielleicht interessiert es euch und wenn es euch interessiert dann habe ich unten in der beschreibung die links über die ihr dann die bücher kaufen könnt wenn ihr möchtet ich möchte anfangen mit andreas altmann gebrauchsanweisung für heimat 219 seiten kam dieses jahr im märz raus 15 märz und ich bin immer wieder begeistert andreas altmann ist einer der großen deutschen reiseschriftsteller reporter und immer sehr sehr begeisternd also der der das ist immer wenn man buch von andreas altmann gelesen hat dann dann hat man diese energie diesen willen dieses man man darf nicht rumsitzen man muss sein leben leben und man man muss begeistert sein und man muss sich irgendwie neuem aussetzen und das ist alles immer sehr 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 beeindruckend wie er das verpackt wir wir das beschreibt und andreas altmann ist mittlerweile mitte 60 bestimmt und hat immer noch diesen diesen bis diesen drang diesen ah das ist sehr sehr inspirierend allein der mann ist sehr sehr inspirierend also es wirklich grandios so jetzt kommen wir zum buch gebrauchsanweisung für heimat das aktuellste von ihm über piper herausgekommen und es ist eine zusammenstellung von geschichten nennen es jetzt mal die sich alle um heimat drehen also heimat kann ja ganz vieles bedeuten und wie hier vorne schon steht heimat ist für andreas altmanns sprache sind freunde musik männer frauen verschiedene städte über die er schreibt es ist wirklich wirklich interessant und dadurch sehr vielfältig und man darf sich das nicht wie ein reisebericht vorstellen also andreas altmann trifft immer menschen und erzählt geschichten in städten und bringt bringt durch diese geschichten diese städte näher oder diese länder die er bereist und um das euch zu demonstrieren will ich jetzt mal ein paar zitat vorlesen und dann werdet ihr sehen um was es so grob geht ich hatte ganz ganz viel markiert muss mich aber jetzt auf ein paar sachen beschränken ich fange einfach mal an so auf seite 32 das war die zeit in der ich angefangen hatte loslassen zu trainieren ich ließ felin los schon bekümmert aber bestimmt verwundert über die ein die andere besitzen wollen das ist ein kurzer satz gleich kommen längere zitate von ihm aber das bezeichnet ihn so er ist er ist gegen dieses ganze besitztum gegen monogamie gegen also es ist er ist er ist sehr frei er bleibt sehr frei im kopf und nimmt sich nicht das recht raus andere menschen zu besitzen oder besitzen zu wollen und das kommt immer mal wieder in seinen texten in in allen seinen büchern kommt das vor so das nächste zitat dirty talking sweet talking smart talking nicht vieles ist verschwenderischer als die sprache ohne kosten ohne nebenkosten doch mit nebenwirkungen wie geistreich werden wie spielerisch sein wie denken üben wie gefühlen auf die schliche kommen ja wie in der welt zu hause sein und sich in ihr bis zu den zähnen bewaffnet mit worten zurechtzufinden tag für tag drückt einfach sehr stark seine liebe zur sprache aus das ist ich mag einfach auch seine art zu schreiben diese minimalistischen sätze die die irgendwie alles weglassen was überflüssig ist und ah grandios nächstes zitat sie flüstern gern oder hauen täglich dutzenderweise per whatsapp ich liebe dich raus und glauben gar dass das klägliche das sie sich gegenseitig anbieten als liebe durchgeht dabei fehlt so ziemlich alles die neugier die bereitschaft einander beizustehen ja dem anderen raum und freiheiten zu lassen ja grundsätzlich grundsätzlich das über die liebe muss jeder für sich selbst wissen was liebe bedeutet und liebe ist so groß und schwierig zu beschreiben aber er tut das ganz gut also zumindest ist das sehr nah an meiner vorstellung von liebe dieses begeistert interessiert bleiben am partner dieses neugierig sein auf den partner oder auf menschen im allgemeinen es kommen noch drei stück ich hoffe das ist in ordnung das ist ein ganz kurzes geht auch nur um die liebe die liebe wird nicht mehr gelebt sie wird entweder angekündigt oder erinnert spricht glaube ich für sich selbst das nächste ich bewundere immer frauen und männer die standhalten die nichts verranzen lassen nicht das hirn nicht den körper nicht ihren unbedingten willen sich zu unterscheiden von dem was alle nachplappern von dem was alle tun weil alle es tun die als einzelstück daherkommen so und ich muss noch ich muss nur eins ich muss nur eins ich muss nur eins vorlesen wenn ich darf wenn ihr noch dran bleibt ihr habt es gleich geschafft obwohl ich glaube dass diese die zitate eigentlich relativ vielen menschen gefallen müssten was heißt gefallen gefallen ein schwieriges wort ich lese nur eins vor empathie ich mag leuten zuschauen die andere wahrnehmen die spüren mitspüren mitfühlen ich leide unter denen die nicht leiden das ist ein pathetischer satz der ganz trocken gemeint ist kein funken heimat entsteht in der nähe von kalten frauen und männern also Andreas Altmann tut das was am besten kann er motiviert einen er begeistert einen er er versucht einem die richtigen seiner Meinung nach die richtigen Werte mitzugeben und er macht Mut er macht einfach sehr viel Mut und das ist das ist wichtig das ist wichtig in der heutigen Zeit so kommen wir zum nächsten Buch es geht um die 4 Stunden Woche von Timothy Ferris die 4 Stunden Woche habe ich nur als E-Book also nicht als physisches Buch was es mir sehr erleichtert hat Markierungen zu machen und jetzt diese Zitate rauszuschreiben so fangen wir an Timothy Ferris die 4 Stunden warum was geht es es geht darum dass wir unser Leben oft mit ganz unnötigen Dingen verbringen gerade was die Arbeitswelt angeht dass wir nach nach Werten streben die uns nicht unbedingt glücklich machen und dass wir mit sehr viel weniger Zeitaufwand die gleichen oder sogar bessere Ergebnisse erreichen können ihm geht es darum dass 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 man nicht auf den Ruhestand warten sollte dass man nie aufschieben sollte dass man dass man nicht sagt ja ich brauche so und so viel Geld und dann dann reduziere Stunden oder dann höre ich auf zu arbeiten sondern dass man das gleich tut dass man Mini-Ruhestände einlegt wie er das sieht und er spricht immer von den neuen Reichen und die neuen Reichen unterscheiden sich von den alten Reichen die denen es um um Geld ansammeln geht denen es um Konsum geht und die neuen Reichen unterscheiden sich dadurch dass sie Zeit für sich möchten dass sie tun können was sie möchten weil das ist auch eine Art von Reichtum nicht nur Geld sondern eben auch mit der Zeit frei umgehen zu können die man dann hat und jemand der sehr reich ist und dabei 80 Stunden die Woche arbeitet der ist nicht unbedingt reich was Zeit und was Erfahrungen angeht und das muss man immer mal im Hinterkopf behalten und das versucht dieses Buch die 4 Stunden Woche von Timothy Ferris und wie auch eben bei Andreas Altmann habe ich einige Dinge rausgeschrieben die ich jetzt gerne euch vortragen möchte bevor ich anfange eine kurze Sache und zwar das Buch ist für mich unterteilt in zwei Hälften umgekehrt also die die erste Hälfte kümmert sich darum dieses Mindset zu verändern es geht sehr viel um Grundsätze es geht um Einstellungen das ist sehr sehr interessant das hat mich die ersten 100 Seiten haben mich extrem beeindruckt und haben mir extrem geholfen die zweite Hälfte des Buches die die ist mehr Ratgeber also da da gibt er Tipps zu allen möglichen Abläufen wie man dann Unternehmen aufbaut wie man Unternehmen automatisiert arbeiten lässt und es ist sehr viel spezifischer hat mich in dem Fall aber etwas weniger interessiert obwohl ich da auch Dinge rausnehmen konnte also das für mich der ganz starke Teil war des Buches waren die ersten 100 Seiten aber wenn ihr wenn ihr vorhabt irgendwie selbstständig zu werden dann ist wahrscheinlich die zweite Hälfte für euch interessanter ich lese euch auf jeden Fall jetzt mal ein paar Zitate vor und dann könnt ihr selbst entscheiden ob das irgendwie in die richtige Richtung für euch geht oder eben nicht die allgemein akzeptierten Regeln der sogenannten realen Welt sind eine zerbrechliche Sammlung gesellschaftlich verankerter Illusionen also Realität realistisch sein das ist alles immer ein sehr enges Korsett in das wir geschnallt sind oft und da darüber schreibt er auch relativ häufig im Buch jetzt ein Satz zu den neuen Reichen was wir die neuen Reichen wollen sind frei verfügbare Zeit und ein automatisiertes Einkommen automatisiertes Einkommen heißt dass dass man praktisch ohne viel dafür zu tun Geld einnimmt durch das Internet sehr leicht möglich heutzutage ein etwas längeres Zitat wodurch unterscheiden sich die neuen Reichen von den Aufschiebern also jenen die alles für das Ende aufsparen nur um dann festzustellen dass das Leben an ihnen vorübergegangen ist sie unterscheiden sich durch ihre Ziele die klare Prioritäten und Lebensphilosophien zum Ausdruck bringen und durch die sie sich von der Masse abheben ja also spricht denke ich für sich ich würde gerne noch ja drei drei Zitate auf jeden Fall lesen das nächste weniger sinnlose Arbeiten zu verrichten um sich auf die Dinge zu konzentrieren die von größerer persönlicher Wichtigkeit sind ist nicht mit Faulheit gleichzusetzen für viele Menschen ist das schwer zu akzeptieren weil es in unserer Kultur üblich ist persönliche Opfer höher zu bewerten als persönliche Produktivität sehr großer Punkt für mich persönlich auch weil ich auch immer das Gefühl habe ich habe reduziert vor einiger Zeit ich arbeite im regulären Job halbtags und versuche in der restlichen Zeit mich kreativ eben auszuleben und arbeite eben kreativ und das ist in ganz vielen Köpfen noch nicht etabliert dass das überhaupt möglich ist das so zu machen und ja in die Richtung geht das eben also man wird schnell als faul abgezeichnet weil man irgendwie halbtags arbeitet und Menschen sehen nicht die die Arbeit die man investiert und das ist auch völlig egal weil letztendlich macht man das ja für sich selbst aber das ist ein Thema was immer noch Relevanz hat so das letzte Zitat die meisten Angestellten die den Gedanken an eine Kündigung mit sich herumtragen versuchen sich selbst weiß zu machen dass ihr Los sich mit der Zeit oder mit steigendem Einkommen verbessern wird es hört sich vernünftig an und es ist eine verlockende Täuschung wenn man nur einen langweiligen oder wenig inspirierenden Job hat die meisten handeln nämlich erst wenn ihnen der Job zur wahren Hölle wird alles was weniger schlimm ist kann man schließlich ertragen wenn man es sich nur schön redet ja denke das ging vielleicht jedem auch mal so dass man dass man sich gesagt hat ja das ist so schlimm ist es schon nicht also man ist ja eigentlich ganz gut der Job und ich habe ja ein gutes Einkommen und vielleicht könnte ich mal über eine Lohnerhöhung nachdenken aber es ist es es löst nicht das eigentliche Problem dass man darüber nachdenkt was anderes zu tun und mit etwas anderem glücklicher zu sein eventuell so und dieses Buch ist sehr umfangreich es sind es sind 300 irgendwas Seiten aber es ist sehr gefüllt mit Informationen und mit mit Weisheiten Weisheiten klingt so blöd aber es sind ganz viele Zitate auch drin und wirklich wirklich fundiert und komplex das Ganze und man kann extrem viel rausziehen also ich habe extrem viel rausgezogen wie gesagt aus den ersten 100 Seiten mehr aber auch aus den restlichen 200 lässt sich einiges rausziehen also hat mich hat mich beeindruckt würde ich jedem empfehlen würde ich jedem empfehlen zu guter Letzt kommen wir jetzt zu einem kleinen Buch das sich ein bisschen unterscheidet von den anderen beiden es ist gibt nicht auf von Austin Kleon und das Buch ist so ist so ein bisschen zum 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 schmökern zum immer mal wieder reingucken zum kurz Inspiration sammeln und es geht darum wie die Unterschrift hier auch schon sagt zehn Wege für mehr Kreativität an guten und schlechten Tagen also wenn man mal irgendwie nicht ganz so inspiriert ist und es gibt es gibt hier Methoden um da rauszukommen und auch ganz viele Zitate ganz viele Bilder irgendwie die Diagramme und es ist sehr 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 schön gemacht und man ist ruckzuck durch es ist kein Buch was man irgendwie lange liest sondern ich habe glaube ich dreiviertel Stunde oder so gebraucht um das Buch zu lesen sind aber ganz viele kleine Denkanstöße drin und das das macht das so interessant weil das Buch durchdenkt die Dinge nicht komplett sondern sondern wirft einem die Brocken so ein bisschen hin und man kann selbst daraus machen was man möchte und das ist ganz ganz angenehm auch mal so ein Buch so ein leichtes Buch zu lesen das einen aber dann auch zu eigenen Gedanken inspirieren kann fand ich auch sehr sehr fand ich sehr sehr gut kostet zehn Euro kam 2020 glaube ich raus in der ersten Auflage und ja sehr sehr nett ich lese wieder ein paar Zitate vor nicht darf und zwar da habe ich ein bisschen weniger weil natürlich weniger Inhalt hier drin ist also nicht ganz so wie in den beiden aber es gibt trotzdem einige Stellen die für mich sehr sehr wichtig sind so erstes Zitat es passiert so gut wie nichts in den Nachrichten was wir unbedingt in den allerersten Minuten unseres Tages wissen müssten wenn du gleich nach dem Wachwerden zum Smartphone oder nach deinem Laptop greifst schreist du regelrecht nach Anspannung und Chaos in deinem Leben außerdem außerdem vergeudest du die potenziell ertragreichsten Momente im Leben eines kreativen Kopfes ja kennen wir alle morgens irgendwie schon die News checken und dann irgendwie glauben dass es wichtig ist und man muss informiert sein letztendlich ist ganz vieles einfach nur belanglos und man verpasst nichts wenn man wenn man das Smartphone morgens weglässt und morgens ist es wirklich so nach dem Aufstehen der Kopf arbeitet arbeitet noch anders ist noch frisch irgendwie und also zumindest geht es mir so manche arbeiten ja gern einfach nachts nachdem der ganze Tag vorbei ist aber mir geht es so ich bin morgens eigentlich am produktivsten so nächstes Zitat große Künstler sind imstande sich über ihre ganze Karriere hinweg dieses Gefühl des Spielerischen zu bewahren Kunst und Künstler leiden gleichermaßen wenn der Künstler zu ernsthaft zu fokussiert auf das Ergebnis wird ja das das macht Sinn und ihr merkt schon das sind das sind weniger komplexe Sätze aber es kann daraus mehr werden ja ich möchte gern noch ein Zitat vorlesen auch unser Leben durchläuft Jahreszeiten einige von uns stehen in jungen Jahren in voller Blüte andere blühen erst im hohen Alter auf in unserem Kulturkreis wird eher früher Erfolg gefeiert also diejenigen die früher blühen allerdings altern diese Leute genauso schnell wie sie aufgeblüht sind genau aus diesem Grund plättere ich über jede 35 Leute unter 35 List schleunigst hinweg die Einjährigen interessieren mich nicht mich interessieren die Mehrjährigen die Winterharten ich will Listen von 8 über 80 jährigen ja einfach ein schöner Gedanke diesen nicht den schnellen Erfolg zu sehen sondern das das Lebenswerk zu sehen das viele Menschen aufbauen und was was ein Mensch erlebt hat der 80 Jahre ist und der so vieles durchstanden hat so viele Krisen und so viel auf und ab und natürlich ist es interessanter davon zu lesen als von dem 25-jährigen Milliardär der irgendwie ja natürlich hat er Geld aber fehlt eben fehlen eben diese 55 Jahre zum 80-Jährigen und die kann er auch nicht mit Geld aufholen und es sind so es sind einige kleine Weisheiten drin viele Zitate auch interessante Zitate und es lohnt sich auf jeden Fall dieses Buch gibt nicht auf Austin Cleon ja und das waren meine drei Bücher für den Juni und ich bin gespannt was ich jetzt im Juli lesen kann ich bin nämlich heute fertig geworden hier mit die 4-Stunden-Woche und ich freue mich schon auf weitere Bücher und dann sehen wir uns nächsten Monat wieder wenn ihr möchtet und dann erzähle ich euch wieder was ich gelesen habe was vielleicht euch interessiert oder auch nicht und ja wie gesagt abonniert den Kanal ganz gern dann verpasst ihr das nicht und habt einen schönen Tag bis dann ciao dass